Ich bin ein von Professor Hojo erschaffener Cyborg. Eure Emotionen zu lesen ist ein Kinderspiel für mich. Nun, ich habe mir ein Beispiel an euch genommen und Midgar verlassen. Denn ich habe beschlossen, die Welt zu sehen. Cloud, in dieser Sache habe ich auch gleich eine kleine Bitte an dich. Du willst mehr Kampfdaten, oder? Scharfsinnig wie immer. Ich bin beeindruckt. Doch, zuerst müssen wir die Funktürme aktivieren. Sie wurden einstmals von der Republik Junon errichtet, doch dann von Shinra beschlagnahmt. Genutzt hat Shinra die Türme allerdings nie. Daher will ich sie mir nun schnappen. Je mehr dieser Türme wieder in Betrieb sind, desto leistungsfähiger werde ich. Und desto mehr Gebiete kann ich erfassen. Ich könnte ein Kommunikationsnetzwerk außerhalb von Shinras Reichweite errichten. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt.